jetzt schon ich wollte ja mal meinen mitfahrer filmen vorsicht fuchsräude hoch ansteckend für hunde ja hier ist meine banane die fährt einfach mit hat sich hat sich noch nicht abgeworfen ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Herrliche Landschaft! Hinten rechts sieht man die Bruchhausener Steine. Wahrscheinlich auf dem Video nicht, weil diese GoPro ja einen extremen Weitwinkel hat. Ja, ganz schön steil hier. Aber hier geht es auch noch steil weiter. Ja, hier sieht man das Gebirge auch auf der App. So, hier ist jemand, der Holz verkauft. Wir sind hier in Wasserfall. Und ein bisschen weiter runter befindet sich Fort Fun. Und wie man sieht, drehen sich die Karussells schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja, wir hatten eine schöne Strecke, wie man sieht. Und hier befindet sich jetzt eine kleine Kapelle oder sowas ähnliches. Ja, mit Mutter Gottes. Ja, man sieht hier, dass es ganz schön steil ist, auch wenn es vielleicht jetzt überzeichnet ist. Ja. 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 Vielen Dank.